Ha, 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 ha. Ja, Diggi! Ja, schön, 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 schön. Ey, entweder richtig oder gar nicht. Was ist los, Alter? Ich hab gehört, dass ich hier mies die Fresse aufreißen und mich scheiße über mich schlabers, Alter. Du hast Glück, dass ich hier angekenne bin auf der Nase. Ha, ha, ha! Denkzwerg! Ja, freut mich mal wieder, Hörer! Behalt mal deine Pfoten bei dir, Diggi! Oh, ich sterbe! Das riecht, als wärst du wochenlang durch Scheiße gelaufen, Alter. Ich würd's ja fetzen, aber es stinkt so krass, Alter! Ist da irgendwo ein Katzenverbot, oder warum komm ich hier nicht rein? Mach mal die Tür auf, Alter! Mach mal die Tür auf, mach mal die Tür auf, Alter! Was soll das? Das ist echt ja gar nicht. Was für ein Allround-Kasper. Ja, ja, immer schön hinterher, du Denkzwerg. Du bist so ein richtiger Anti-Schnaller, wahr? Hauptsache, es passiert was, aber raffen muss man nix. Manch! Ja, es gibt Flagsahne für mich. Die am besten direkt in die Fresse. Ja, so ist toll, du gefällst mir irgendwie, du Vollidiot. Du hast vollgekleckert, scheiß Bodenton. Das heißt, du verständest die ganze verfickte Sahne. Ich will sie in die Fresse haben. Was für ein Idiot ist der Mensch? Es gibt überhaupt nem Hunds Bahne. Das ist doch krebserregend, oder sowas. Was guckst du denn so blöde Mann? Hast du noch nie nen Köter aufm Roller gesehen? Ich bin eiskalt, fett, fresh am Cruisen, Diggi. Lass mal ein paar Bitches chatten, jo! Ja, sie hat Schlitzaugen, ich bin Schlitzohr. Deswegen verstehen wir uns so gut. Scheinbar sind die Ohren noch nicht schlitzig genug. Ihre ganze Verwandtschaft frisst Hunde. Ich schleck gern ihre Vantan-Suppe aus. Das ist Liebe, Baby. Ach du heilige Scheiße. Baby, du fühlst dich ja richtig geil an. Zart-Bitter-Schokolade. Dein Milkshake sorgt dafür, dass die Jungs früher nach Hause kommen. Jetzt versteh ich endlich, was es mit dieser Fetische auf sich hat. Ich hab hier was für dich, das schön ausbreitet und... Oh ja, das ist Trick 17. Man tut so, als wenn man ausrutscht und dann ist man schon mittendrin, statt nur noch dabei, wenn du weißt, was ich meine. Ey, guck nicht so blöd, Alter. Das ist meine Olle jetzt, klar? Aha, abgezogen nennt man sowas. Du bist so schön kuschelig. Wenn du's flausch, ich mag's, bin ich genau der Richtige für dich. Doch mein Bommel-Max, der Spitz. Heut gibt's Schwänze ins Gesicht. Jo, Schwänze ins Gesicht. Euskalt gibt's heut Schwänze ins Gesicht. Ich schwänze ins Gesicht. Ja, guck nicht. Mit pick schade sich im Towards reservoiren. Das ist monster. Oder sich fixing. Sind Wunder im Auft speciale im Durchschnitt. Es wird viele ÜbersATA.